Na egal, werden wir es jetzt nochmal richten, denn wir haben ja Farores grünen... Nein! Scheiße, wirklich? Ich glaub's nicht. Der grüne Tank ist leer. Oh, nee, oder? Ah, shit. Dienstfeuer entferne. Okay. Nehmen wir jetzt Farores Teleporter und ich guck jetzt mal, wie ich den besiegen kann. Ey, das gibt's doch eigentlich nicht. Der wird alles ab. Also dieser schwarze Link, der ist unberechenbar. Zum Teleporter zurück, natürlich. So. Oh, nee, jetzt sind wir auch noch... Ey, was ist denn das für ein Kack? Müssen wir das ja nochmal machen und ich glaub, ich hab nur 13 Pfeile. Ach, sieht nicht gut aus. Mist. Würde ich mal sagen, ich aktiviere den und lasse die Wasserspinnen zu mir kommen. und würde sie am besten ohne einen Pfeil zu verbrauchen. Weil eigentlich töte ich sie mit Pfeilen. Egal, komm her. Und nochmal. Und K.O. Pfeil, ich glaub's nicht. Und das waren jetzt 5 Pfeile, deswegen kann ich jetzt auch mal wieder schießen. Ah, das war blöd. Und... Das hat wehgetan. So, Schild. Okay, das war zu hoch. Aber jetzt. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen kann. Ich hab alles versucht. Bombe... Sogar mit dem Küken musste ich versuchen. Naja. Irgendwann wird's schon klappen. Denk ich mal. Ich hab auch so gehört, irgendwie soll man ihn im Nahkampf killen können. Na gut, hab ich ja versucht. Hat nicht geklappt. Aber irgendwann... ... wird ihm irgendwas abgezogen. Soll es zumindest sein. Werden wir testen. Äh, Wasserspinne. Kommst du hoch oder bleibst unten? Und sie kommt... Okay, sie ist behindert. Ah, da ist sie schon. Komm mit Schuss. Seh ich grad nichts. So. Und... Zack. Schießen wir jetzt wieder mit dem Bogen da rauf. Ich hab nur 3 Herzen. Oh nein, das hab ich jetzt zu spät gesehen. Na gut, ich will jetzt, äh, nochmal gegen ihn kämpfen. Teste aber nur, ob das mit dem, äh, mit dem, mit diesem Nahkampf gehen würde. Wenn es natürlich nicht geht. Oder wenn es geht, dann weiß ich, juhu, es geht. Wenn es nicht geht, dann weiß ich, juhu, es geht nicht. Aber egal. Ich glaub, jetzt bekommen wir eh nochmal. Ja, ich weiß, ich hab keine Energie. Und uns 3 Herzen. Das wär am besten. Na. Das ist eigentlich so fällig. Was? Gar nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Das Teil mag ich gar nicht. Ich hoffe, wir bekommen Herzen. Das wär sowas von wichtig. Wenn nicht, wie gesagt, schläben wir eben nochmal. Und dann würde ich, äh, auf Feensuche gehen. Das heißt, das ist hier jetzt nur ne Testrunde. Und ich nehm' mir alles auf. Äh, was ich hier so mache. Ich schneide nichts weg. Naja. Ja. Gleich kommt er da. Und steht da wieder. Da vorne. Mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Ach, warum leckt denn das jetzt so? Natürlich springt er gleich wieder hier drauf. Irgendwann soll er dann... Aber, das gibt's doch nicht. Okay, wie soll ich denn jetzt... Im Nahkampf schaffe. Ich bin wegen dabei. Und er hüpft wieder weg. Hm. Bleib doch mal hier, Mensch. Oh, du dummes Teil, ey. Ich hasse den. Hm. Von wegen im Nahkampf. Ey, das ist so extrem hier. Wo ist er denn da? Spring doch nicht immer weg. Komm, bleib mal... Ey, bleib doch mal hier. So, jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich hab ihn getroffen. Ich hab einfach tausendmal draufgedrückt hier. Ohne Anvisieren vielleicht. Ja, Tatsache, ohne Anvisieren. Ich hab den Trick gefunden. Ja, jetzt kriegst du auf die Eier, du kleiner Brüsch. Ja, 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 ja. Zack, zack, zack. Okay, ich treffe ihn trotzdem irgendwie nicht. Wir sehen ihn doch wieder an. Ich spring nicht immer auf mein Schwert. Das kann ich gar nicht ab, hier. Dummes Teil, ey. Oh, ey, das gibt's doch nicht. So könnte ich schaffen, wenn er jetzt mal hinkommt, oder? Ich drücke hier wie wild auf die Taste, aber es bringt einfach nichts. Der lässt sich nicht bezwingen. Ich konnte ihn zweimal treffen, das war gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt volle Energie, vielleicht wäre er tot. Oh, Mann, ey. Na gut, ich glaub nicht, dass ich ihn jetzt besiegen kann. Das heißt, ein weiterer Anlauf wahrscheinlich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, er ist weg. Okay. Ich weiß, er kann davor auf jeden Fall nicht fliegen. Ich wissen mal, dass er eben fürs nächste war. Ui. Er hat mich fast wieder getroffen. Und ich denke mal, das war's jetzt. Ich hab abgegangen. Leider, leider, leider. Der ist aber auch wirklich schwer. Hm. Ist jetzt sowas von schwer. Getroffen! Komm schon, gleich hab ich's. Hätte ich jetzt volle, äh, Kraftanzei... Okay, er verschuldet mich. Volle Kraftanzeige, das wäre gar nicht so schlecht. Also grüne Magie. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich tot gewesen. Ich hab ihn dadurch dreimal getroffen. Da brauch ich mich nur noch einmal treffen. Dann wär ich tot. Ein Game Over. Und ich nehm die Geschwindigkeitsvergrenzung raus. Und ja. Jetzt müsste es eigentlich ein bisschen schneller gehen. Aber leider ist dann das Risiko da, dass ich... Also, dass das Spiel hier ein bisschen leckt. Nimmt das Wetter in Kauf. Wir wollen ja schnell hier eine Fee holen und so. Damit wir diesen... ...Gegner da gezwingen können. Und ich denke mal, ich geh nachher hier hole. Komm mal eine Fee. Ah ja, der Temp. Einmal... Wie war dat? Wie war dat? Natürlich. Ich weiß es natürlich nicht, außer nicht. Ist ja... Immer wieder das gleiche. Da. Manuett des Waldes. D-d-d-d-d-d-d. Ah ne, warte. Noch mal. So, hört sich denn das so... Ach ja, die Schmichkeitsvergrenzung ist ja draußen. Ja, also auch der Ton ein bisschen verzerrt. Und wir sind jetzt zu Waldlichtung. Ich denke mal, ich hole... Ach. Ich brauche nur eine Fee. Und zwar... Oh, warte jetzt manchmal die Schmichkeitsvergrenzung raus, sonst ist sie gleich weg. Das will ich ja gar nicht. Oh, gucke. Hä, was habe ich denn noch? Das Irrlicht da. Weil ich ja gar nicht. Wo ist jetzt? Zack. Wo kann ich Elixier kaufen? Kakariko. Also, weil ich groß bin, Kakariko. Sonst eigentlich die Rolle. Alles klar. Das ist noch der Halbendgegner. Na gut, ich finde den Endgegner eigentlich einfacher. Ja, schön. Äh, Kakariko... Schnell, ziehe ich hier einfach raus. Äh, okay. Ich habe Geschwindigkeitsvergrenzung drin. Dann mache ich ihn wieder raus. Dann mache ich wieder rein. Sonst bin ich gleich hier wieder tot. Ich habe nämlich nur drei Herzen. Hier nur reden. Versuche jetzt, die Trippe hochzugehen. Okay, da kommt keiner. Nein, 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 nein. Oh, hü. Aber auch wirklich sowas sind knapp. Ach, stimmt. Ich gehe jetzt zuerst hier rein. Hol mir jetzt keine Fee, sondern ich brauche ja dieses Elixier am besten. Und hol mir jetzt eine Fee, um mich aufzuladen. Okay, komm bitte her. Ach, was soll denn das? So, endlich. Jetzt bin ich voll. Wäre gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt zu der letzten Fee könnte und wo die Herzen doppelt so stark sind eigentlich. Das heißt, das zieht dann weniger ab. Was vorher ein Herz abzieht, zieht dann die Hälfte ab und so weiter. So, jetzt kann ich auch direkt rausgehen. Also, sprich den falschen Weg nehmen. So, jetzt bin ich draußen. In den verlorenen Wälder. Wälder. Ach, warum habe ich die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder drin? So. Jetzt aber wieder juleanische Steppel. Bäume. Ist es Herbst? Ist es Herbst? Da sind die schon immer hier drauf. Oh, feier. Brauchen wir aber nicht. Wälder. 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 Wälder.